Ich glaube, die Stimmen zicken und stimmen uns schon mal ein auf das Derby. Ein friedliches Derby soll es sein, aber ein Stimmel ist schon so glücklich. Und dann geht der Hand, also ein Derby, was dieses Jahr wirklich für die Stimmung soll auf jeden Fall da sein. Friedliche Stimmung. Und vielleicht an dieser Stelle auch noch einmal der Hinweis, die Brecher sind natürlich zu gestecken und nicht zu werfen, da St. Pauli hat berühmte Schmerzen dafür bekommen, dass das auf dem Spielfeld flogen, also auf dem Spielfeld hat nichts außer die Spieler, vielleicht auch die Schiedsrichter und der Ball zu suchen. Überhaltet die Becher bei euch. Das kann eine klinische Strafe nicht nur für den Verein, sondern auch für den Werfer geben. Ja, man hat es eben gesagt, das Stadion ist videoüberwacht und außerdem sollte sich das natürlich von selbst verstehen, dass die Becher einfach mann und mann bleiben. Das Spiel zu 0 für Köln-Fans, also natürlich für unsere Fans. Für die Fans muss ja Mönchengladbach, denn ein Heimspiel im Lebensstadion, das wünscht sich natürlich keiner. Ja, wir sind so langsam auf dem Weg Richtung Anstoß, das bedeutet, wir wollen wissen, ob ihr bereit seid, für die Mannschaftsaufstellung von Borussia Mönchengladbach und fangen natürlich auch wieder in der, dessen Tribüne an und fangen, nachdem wir mal kurz die Wortkurve, einmal kurz Nordkurve hören und zeigen, einmal. Das ist wirklich Stimmung. Genau so ist eine Seite. Und jetzt ist die Frage, ob ihr bereit seid für die Anstoßaufstellung von Borussia Mönchengladbach. Was ist mit den Fans im Westen? Seid ihr bereit? Fans im Süden? Seid ihr bereit? Was ist mit den Fans in der Ostkarte? Seid ihr bereit? Nordkurve, was ist mit euch? Seid ihr bereit? Die Frage hat ihr gesagt, Borussia Mönchengladbach. Borussia Mönchengladbach, bist du bereit? Dann kommt jetzt die Borussia Mönchengladbach von Borussia Mönchengladbach. Borussia Mönchengladbach von Borussia Mönchengladbach. Borussia Mönchengladbach von Borussia Mönchengladbach, bist du bereit? Die Mannschaftszagstelle präsentiert von der Rheinischen Kurs. Unser Trainer heißt Lucia. Und heute vertraut er auch auf diese Spieler mit der Nummer 21, Marc-André. Mannschaftskapitän mit dem Ralf-Türk. Dann ebenfalls dabei mit der Elf, Marco. Die 13 für Roman. Mit der 16, Harald. Die 18 trägt Kruan. Mit der 19 von Abführer dabei, Mike. Mit der 24, Toni. Die 25 für Mo. Mit der 31, Kostas Bonfim. Und mit der Nummer 39, Martin. Unsere Ergänzungsspieler sitzen auf der Bank und heißen so. Mit der 1, Christopher. Mit der 4, Uhl. Die 6 für Michael. Mit der 14, Torben. Die 15, Patrick. Mit der 22, Tobi. Und mit der 40, Karin. Schiedsrichter dieser Begegnung. Mit der 44, 52, Arbeit. Doch,iere. Ja. Mit der 44, baskrate das Conference. In die 60, siz gehen. Ich sage es auf die 50,30, auch die 3,3. Und ges ringt das sind, haben wir hier. Dainci hab Sinne ab. Da ist eine große Form. Und die 25, 50,raszam. Ergänzung sind. Applaus Applaus Die Mannschaften kommen in den Tour. Die Schildrichter sind da. Marco Reus hat mir eben noch mal gesagt, es soll ich Kuchen noch mal ordentlich heiß machen. Seid ihr heiß auf die Nationalen Lunde von uns, auf die Elf von Niederrhein. Wollt ihr es hören? Dann aufstehen, stramm stehen, Hand auf die Laute mit Seck. Hier ist die Elf von Niederrhein. Die Mannschaften kommen in den Versen. Die Appen derlein, die Schildrichter sind da. Wollt ihr es hören? Dann auf die Laute mit Seck. Hier ist die Elf von Niederrhein. Die Mannschaft, die wird vorgestellt, die Stimmung, die ist liebenlos. Statt in der Oma, doch mal los, da sind wir noch studios. Und singen wir ein ganzer Lied, da ist das Feuer, ist ein Blit, Blit. Und in die Stimmung, um sich greifen, macht die Augen, die sind wir im Weg. Ja, die Stimme, die Stimme, auf die Elf von die Leid. Ein großer Unser-Dreim-Team, denn du bist unser Verein. Ja, die Stimme, die Stimme, auf die Elf von die Leid. Ein großer Unser-Dreim-Team, denn du bist unser Verein. Spielt hier die zuwitternds-Zeiten und füllt dann endlich mal ein Tor. Ja, die Stimme, die Stimme, die Stimme, auf die Elf von die Leid. Wo ist der Unser-Dreim-Team, denn du bist unser Verein. Ja, die Stimme, die Stimme, die Stimme, auf die Elf von die Leid. Wo ist der Unser-Dreim-Team, denn du bist unser Verein. Wo ist der Unser-Dreim-Team, denn du bist unser Verein. Ja, die Stimme, die Stimme, die Stimme, die Stimme, die Stimme, ARE UzAY. Shety, die Stimme, in der Leid. Ja, die Stimme, von die Leid. Oh, ja, die Stimme, du bist unser Verein. Großes Jahr, unser Trinkteam, denn du bist unser Verein. Ja, die Zwölf, Stein und Ball, auf die Elf und die Leid. Großes Jahr, unser Trinkteam, denn du bist unser Verein. Ja, die Zwölf, Stein und Ball, auf die Elf und die Leid. Großes Jahr, unser Trinkteam, denn du bist unser Verein. Ja, das war's! Großes Jahr, unser Trinkteam, denn du bist unser Verein. Großes Jahr, unser Trinkteam, denn du bist unser Verein. Großes Jahr, unser Trinkteam, denn du bist unser Verein. Wir kommen zuerst auf die Südkurve mit Marc-André Tasset im Tor. Und los geht's. Viel Spaß, ein Sport verbundenes Vergnügen, Wie Rolf Göttl schon auf Blumenberg-Zeiten sagte, damals haben wir meistens gewonnen, heute hoffentlich auch.